Tada! Es gibt einen neuen Mama und ich Mal-Workshop und ja, wenn dein Kind gerne malt und ja, vielleicht malst du gerne oder auch dein Mann malt gerne oder Oma, Opa oder vielleicht auch eine Freundin, dann schau mal, denn jeder malt ein Bild, so und hinterher ergeben die beiden Bilder zusammen ein Gesamtkunstwerk und das ist einfach wirklich, wirklich richtig schön. Und am 5. November, am Sonntag, 10 Uhr morgens machen wir das und wenn ihr sagt, zu der Zeit haben wir keine Zeit, dann könnt ihr euch trotzdem anmelden, denn es wird mit aufgezeichnet und jeder, der sich angemeldet hat, ja, erhält danach die Aufzeichnung und dann könnt ihr das ganz entspannt machen, wenn die Zeit ist. Und ja, das ist einfach eine ganz tolle Art, gemeinsam kreativ zu werden und einfach, ja, einfach Zeit miteinander zu verbringen und das ist dann auch noch ein perfektes, tolles Bild und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt sagt oder du sagst, das ist genau das Richtige, wir sind dabei. Wenn du Fragen hast, dann melde dich natürlich gerne. Deine Diana von Malzauber. Tschüss! Tschüss!